Wir reagieren auf ein Video von Radio 1 RBB. Seda Somuncu über Putin, Hitler, Atomwaffen und Zitat Edelflüchtlinge. Diskussionskultur ohne Hass. Ja, wurde mir vorgeschlagen und ich bin mal gespannt, was mich da so erwartet und wo ich widersprechen kann, muss und sollte. Mal rüber. Und ich hätte mir gewünscht, das sage ich dir ganz ehrlich, dass man Putin und Zelensky nach Elmau eingeladen hätte und gesagt hätte, wenn ihr wirklich Frieden wollt, dann setzt euch bitte an diesen Tisch und redet miteinander. Das hat man doch. Man hat eingeladen. Zwar nicht nach Elmau dort, sondern hat gesagt, neutral wurde Israel und Istanbul vorgeschlagen. Na gut. Ja, klatscht. Warum hat man es nicht gemacht? Warum? Ich weiß nicht, ob Putin abgesagt hätte. Ich weiß es nicht. Ich bin kein... Ich weiß es. Er hat ja bei dem anderen Termin abgesagt. Hellseher. Aber ich hätte es wenigstens versucht. Hätte gesagt, komm, die Tür ist auf. Wir wollen immer noch reden. Jeden Tag sterben Menschen. Jede Sekunde, in der wir nicht miteinander reden. In der wir über irgendwelche Ersatzlösungen streiten. Also lass doch jetzt anfangen, Kompromisse zu finden. Ja, aber was ist denn der Kompromiss? Ist der Kompromiss, dass wir ein Drittel der Ukraine an einen faschistischen Diktator verschenken? Genau so ein Gespräch hatten wir doch schon mal. Das hatten wir 38. Das Münchner Abkommen. Und wir wissen ja, was dabei rausgekommen ist. Der Zweite Weltkrieg und sechs Millionen tote Juden. Und da geht es nicht um Sieg oder Niederlage. Es geht um Existenzen. Und nicht nur um Einzelne, die Russen oder Ukrainer sind. Sondern es geht um die gesamte Welt in diesem Kontext. Wenn dieses Ding schief läuft, geht es auch mit uns schief. Und deswegen müssen wir uns den Arsch aufreißen, so wie wir beide auch, wenn wir sprechen, Kompromisse zu finden. Nein. 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 Nur weil jemand Atomwaffen hat, heißt noch lange nicht, dass ich klein beigeben muss. Das geht nicht. Was ist das denn für eine wirre Einstellung, die er da von sich gibt? Das ist ja Feigheit. Und wie jemand reinschreibt, Putin interessiert seine Meinung überhaupt nicht. Der lacht darüber, über solche Leute. Anders wird das nicht funktionieren. Ach. Das ist toll. Der Comedian Seda Sumuncu uns jetzt die Welt erklärt. Und er weiß genau die Lösung. Keiner möchte, die Ukraine weiß es nicht. Der UN-Sicherheitsrat weiß es nicht. Olaf Scholz weiß es nicht. Boris Johnson weiß es nicht. Egypt-Type, Erdogan weiß es nicht. Joe Biden weiß es nicht. Aber Serdar, der weiß es. Das ist übrigens dumpfer Populismus, weil er damit billige Klatscher von Leuten bekommt, die bildungsfern sind und sich mit dem Thema nicht befasst haben. Da sind wir beim alten Thema. Darauf kamen wir mehrfach. Deswegen halten wir es kurz. Ich bin der Überzeugung, man kann mit einem Menschen, der ein Land vernichten will, keine Kompromisse. Man wird ihn aber auch nicht besiegen. Doch. Doch. Also man kann natürlich keine Kompromisse mit so einem schließen. Da hat der Herr ohne Schuhe, ich habe keine Schuhe an, finde ich cool, viel bequemer. Man kann mit ihm keine Kompromisse schließen und man kann ihn besiegen. Wir sehen es doch, die Sanktionen funktionieren doch. Würden nicht immer welche Irre da querschießen und dann fordern, dass wir Nord Stream 2 eröffnen, dass wir da und da Gas abkaufen. Russland und Putin ist dermaßen von uns abhängig. Und erst wenn wir wirklich ganz harte Sanktionen machen, merkt das verantwortliche russische Volk übrigens, es ist nicht nur Putin, es sind die Russen. Es sind die Russen. Es ist nämlich eine große Mehrheit dafür, für diesen Quatsch, für diese Verbrechen an der Ukraine. Erst dann werden sie merken, verdammt, wir gehen gerade pleite. Wir haben nichts mehr zu fressen. Ja. Wenn ein tollwütiger Hund im Vorgarten ist, dann hole ich die Flinte raus. Das schwöre ich dir. Ich lege dir dafür mein Ehrenwort auf den Tisch. Es wird nicht funktionieren, dass du Russland besiegst. Da kannst du den Arsch aufreißen, du kannst es aufrüsten, die Ukraine bis zum geht nicht mehr. Am Ende kannst du Atombomben draufwerfen. Es wird nicht dazu kommen. Er redet Unsinn. Russland ist in seiner Militärmacht außer der Atombombe schwach. Die Ukraine hält doch wunderbar Widerstand und nimmt sogar wieder das Gebiet zurück und versucht jetzt die Krim wieder einzunehmen. Was redet dieser Herr denn? Er hat doch von Tuten und Blasen keine Ahnung. Er hat sich mit dem Thema gar nicht befasst. Er wiederholt nur das, was sozusagen der Stammtisch so daher rülpst, um billige Klatscher zu bekommen. Es wird auch nicht dazu kommen, dass Putin vor ein Kriegsgericht gestellt wird, sondern entweder der geht unter und dann gehen wir mit ihm unter oder dieses Ding wird anders gelöst. Das ist so unerträglich. Das ist so dumm. Das ist so dumm, was der von sich gibt. Es ist himmelschreiend dumm. Anders wird es. Das ist meine feste Überzeugung. Der Typ ist durchgeknallt. Rede von sich selbst. Der ist bekloppt. Du redest da nicht mit einem normalen Menschen. Du musst mit dem irgendeinen Weg finden, dass der dir wieder zuhört. Ach so, er ist bekloppt und deswegen sollen wir uns mit ihm an einen Tisch setzen. Na gut. Das hat bei Erdogan ja auch gut funktioniert. Das ist wirklich, das ist, äh... Er hat eine politische Bildung, die ist ja erschreckend dünn. Und das kannst du dich dadurch, dass du ihn noch mehr bedrohst und ihm noch mehr Waffen an die Grenze stellt, sondern du musst in irgendeinem... Oh Gott, jetzt fängt das Lügenmärchen an von der angeblichen aggressiven NATO, die sich erweitert. Die NATO hat sich nicht erweitert. Staaten sind auf die NATO zugegangen und haben, weil aggressives Russland vor der Tür steht, haben sie um Hilfe gebeten, dass sie in ein Verteidigungsbündnis reinkommen, damit sie nicht angegriffen werden. Da redet einer Unsinn, man stellt keine Waffen vorne hin. Russland ist der Aggressor schon seit Jahren. Und deswegen haben Länder Angst und treten der NATO bei. Einem Friedensbündnis. Einem Verteidigungsbündnis. Die NATO hat auch gar kein Interesse, Russland anzugreifen. So ein Blödsinn. Das ist dieses klassische... Das ist die gleiche dumpf-dumme Argumentation, wie ich sie von Jürgen Totenhöfer kenne. Der auch nur auf den Stammtisch und die bildungsfernen Schichten abzielt, um dort billige Klatscher zu bekommen. Ihm reicht es, der Pöbel applaudiert. ...einer Form, deswegen sage ich Kompromiss, von deinen Ansprüchen zurücktreten und seine Ansprüche reduzieren. Das ist Diplomatie. Ich bin nicht Politiker. Nein, das ist keine Diplomatie. Er ist kein Politiker und er ist auch kein Diplomat. Er hat von Diplomatie keine Ahnung oder von Politik, keine Ahnung. Ich wüsste vielleicht, wie ich es machen würde, wenn ich es könnte. Aber ich kann es nicht. Ja, problematisch. Und weißt du, was mir auf den Sack geht? Sorry, ich will mich nicht in Rage reden, aber es geht mir echt auf den Sack. Wie dieses Ding zum Politikum geworden ist und plötzlich so ein Teil einer Modebewegung. Jeder, vor jeder Veranstaltung wird jetzt irgendeine Phrase geschwadroniert, schwadroniert mit Solidarität und dies und das und da hat wieder jeder eine Fahne im Fenster hängen. Ich kenne das schon. Das war mit den Patsche-Fahnen genauso. Als die Kriege waren in was weiß ich wo, haben alle eine Patsche-Fahne im Fenster gehabt und waren für Frieden. Zwei Wochen später hat sie einen Scheißdreck interessiert. Und die Kriege, die es auf der Welt gab, die gab es immer noch. Mittlerweile 26 Kriege. Habe ich dir schon mal aufgezählt? Ja, die Welt war noch nie so friedlich wie heute. Aber das erwähnt er natürlich auch nicht. Klar, medial sieht man das. Aber die Leute haben auch geklatscht, als Flüchtlinge kamen. Und es war auch gut so. Das ist Willkommenskultur gewesen. Sagt er jetzt etwas dagegen? Sagt er jetzt etwas dagegen, dass Menschen solidarisch mit einem Volk sind, was überfallen wird? Er meint diese Friedensflagge, diese umgekehrte Regenbogenflagge. Man muss doch nicht dumpfer Pazifist sein, um für Frieden zu sein. Bedingungsloser Pazifismus ist grenzenlose Dummheit. Nichts anderes. Jemand, der sagt, er sei bedingungsloser Pazifist, ist ein Feigling und ein Dummkopf. Das endet in der Sklaverei und Tyrannei. Und genau dafür argumentiert er. Seda Somuncu argumentiert gerade, wir sollten alle unsere Demokratie abschaffen und uns versklaven lassen, ein paar Völkermorde akzeptieren, nur damit er 25 Grad in seiner Wohnung hat. Wirklich, ich bin sehr enttäuscht von ihm. Ich fand früher sein Programm ganz spannend. Aktuell, also das, was er da von sich gibt, ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Ja, es weiß, wir wissen, dass es Kriege gibt. Wir befassen uns mit dem Krieg im Irak, IS, mit Syrien, mit der Situation in Afghanistan, mit den Taliban. Wir kümmern uns um die Uiguren. Wir kritisieren das lautstark. Wir kritisieren, zwar nicht alle, weil man natürlich Geld verdienen möchte, die völkerrechtswidrige Angriffskriege Erdogans gegen Nordsyrien und die kurdische Autonomie im Irak. Ja, und wir schauen nach Sri Lanka. Überall schauen wir, wo Kriege sind. Aber das ist immer noch friedlicher als in den Jahrzehnten davor. Das erwähnt er halt nicht. Die Welt wird immer besser und besser. Es gab noch nie so wenig Armut. Es gab noch nie so wenig Hunger. Wir waren im hohen zweistelligen Bereich bei der starken Armut und dem starken Hunger noch vor Jahrzehnten. Und jetzt sind wir im einstelligen Prozentbereich. Ist jemand, wo 500.000 Menschen gestorben sind allein in Syrien? Ja, darüber haben alle gesprochen. Also ganz ehrlich, alle. Wirklich alle haben über den Syrienkrieg gesprochen. Die ganze Welt hat darüber geredet. Hier waren Demos. Nur, dass er da so Mundschuhe hat. Anscheinend nicht hingeschaut. Genau, Factfulness ist ein sehr gutes Buch. Lese ich gerade. War hier ein Tipp aus dem Stream. Und der Hunger steigt Hals, weil Putin den Weizen klaut. Der Typ, mit dem er verhandeln möchte, der lässt die Menschen in Afrika verhungern. Eben interessiert das jemanden? No. Es wird als Whataboutism abgetan. Dabei ist es nicht Whataboutism, sondern es ist Allaboutism. Das ist so unerträglich, dass der für eine Scheiße redet. Und der Kerl hier, der antwortet gar nicht. Wer hätte ich ihm gegenüber gesessen? Ich glaube, der hätte, selbst im Mundschuh, hätte spätestens nach drei Minuten die Flasche genommen und sie mir auf meinem Schädel eingeschlagen in seinem Pazifismus. Das kann ich teilen. Ich halte aber... Nein, das kann ich nicht teilen. Du hast an mich auch keine Ahnung, werter Kollege. Du warst noch nie in einem Kriegsgebiet, kennst dich mit Krieg nicht aus, weißt nicht, wie der ist und hast dich mit der Politik nicht befasst. Tut mir leid. Ich bleibe dabei. Ich halte die Idee, jetzt in dieser Situation einen Kompromiss zu finden, genau wie du es beschreibst, für völlig illusorisch. Und ich halte es für hochgefährlich, hier Putin auch nur einen Schritt entgegen zu kommen, weil das seiner Ideologie folgend... Ich komme ihm ja nicht entgegen. Vollkommen richtig. Mal eine gute Antwort. Vollkommen richtig. Das ist bei uns vor der Haustür. Bei uns vor der Haustür. Putin hat schon Georgien überfallen und ist erst dort wieder rausgegangen, nachdem die USA interveniert haben. Wo alle sagen, die bösen Amis, die Weltpolizei. Ja, die sind die Weltpolizei. Zum Glück sind sie die Weltpolizei. Hätten wir die Amis nicht, hätten wir ein ernstes Problem. Ohne die Amis hätten wir hier Sowjetrussland. Mein Gott. Doch, wenn die einen abtreten sollen, kommst du ihm entgegen. Nein, nein, man kommt sich entgegen. Es ist ein Kompromiss, es ist beide gehen aufeinander zu. Ach so. Das ist ja... Jetzt machen wir mal einen ganz plumpen Holocaust-Vergleich. Das ist ja vielleicht eine Idee, was er das der Munscher vorschlägt. Warum haben die Juden eigentlich damals nicht gesagt, ja, du kannst Europa haben und wir unterstützen dich. Dafür bringst du nur drei Millionen von uns um. Und machen wir doch einen Kompromiss. Und dann vielleicht sagt er auch Selenskyj. Ja gut, dann bringst du halt vielleicht nur 100.000 Frauen und Kinder um. und nicht 200.000. Und vergewaltigst du vielleicht nur einmal statt mehrfach mit deiner Armee. Ja, wir können ja Kompromisse schaffen. Also, sorry, da wird man ja... Sorry, dass ich da polemisch werde. Das ist einfach nur... Der weiß nicht, was ein Kompromiss ist. Kompromiss findet auf der gleichen Ebene statt, aber wir sind nicht auf der gleichen Ebene. Danke, Nico K. für den Zapp. Das ist ein Kompromiss. Nee, der Kompromiss besteht dann darin, dass Putin den Erfolg hat, dass er Teile der Ukraine für sich reklamieren kann und sagt, ich muss... Und Jahre später den Rest holt. Nur probieren. Das wird dann in anderen Ländern auch funktionieren. Dann fahre ich ins Baltikum, dann gehört man auch ein Teil. Okay, dann müssen die, die jetzt applaudieren, dann müssen die, die jetzt applaudieren, auch die Eier haben, dort Waffen hinzuschicken, die effektiv sind. Ja, genau. Wir müssen Waffen hinschicken. Ganz viele Waffen müssen wir dorthin. Das ist auch vollkommen richtig. Da müssen wir eine schöne Panzerhaubitze hinschicken und die Amis schicken dort auch Waffen. Und das funktioniert auch. Und dafür braucht man übrigens keine Eier haben, um Waffen dorthin zu schicken. Und im Zweifelsfall auch die NATO darum bitten, zu intervenieren. Habt ihr die Eier dazu, dann macht es. Ja, ich hab die Eier dazu. Ist doch kein Problem. Macht es. Ja, absolut. Dann möchte ich dein Gesicht sehen. Dann möchte ich dein Gesicht sehen. Wenn die NATO in einen Krieg mit Russland trifft, dann möchte ich die hier Klatschenden sehen. Die haben alle die Eier jetzt zu klatschen. Aber wenn eine Bombe auf Berlin fällt, stellen die vor den Bunker und klopfen. Lass mich rein. Ist das unangenehm, was der für eine Scheiße redet. Ich bin Baschettist. Und die Leute, die jetzt auch noch johlen, das sind so vaterlonslose Gesellen. Hör auf, ey. Ich werd sauer, wenn ich darüber... Ich werd echt sauer. Ich lebe im Jahr 22 und Leute reden, wir müssen Putin... Ja, er ist der Erste am Bunker. ...in die Knie zwingen. Und mit Atomwaffen. Habt ihr sie noch alle? Jetzt zitiert er irgendwas, was keiner gesagt hat mit Atomwaffen. Ist das unglaublich. Ich glaub, seitdem er von seiner Frau getrennt ist, ist er komplett abgedreht. Also, weiß ich nicht. Kepekus hat ihn wahrscheinlich noch auf den Boden gehalten. Ja, Randy, ich weiß, dass du den Typen meinst. Mich nicht. Also, ich weiß, was Krieg ist. Im Gegensatz zu diesen ganzen Flitzpiepen, die da im Publikum sitzen, war ich im Krieg. Aber das ist... Das muss man sich mal anschauen. Jetzt sind wir bei viereinhalb Minuten. Und das ist einfach nur... Das ist einfach nur irre. Gehen wir weiter. Wir reden über Atomwaffen. Nein, darüber reden wir gar nicht. Wir reden... Doch, wir reden in der Konsequenz über Atomwaffen. Am Ende, wenn es nicht funktioniert, wie willst du ihn dann in die Knie zwingen? Mit konventionellen Waffen. Du Heulsus. Wie der heult. Wie eine richtige Heulsuse. Wie? Wie willst du denn, wenn die Waffen nicht reichen? Was machst du dann? Warum sollen sie denn nicht reichen? Die NATO hat zehnmal so viele Waffen. Zehnmal so viel. Selbst die türkische Armee alleine könnte Putin platt machen aktuell. Und von der halte ich nichts. Das ist doch die Frage. Ich glaube, ich bin sehr sicher, dass du Putin unterschätzt. Und dass du... Überschätzt. Dass deine Idee eine romantische sein mag, aber sie hat mit Diplomatie nichts zu tun. Nein, es ist nicht romantisch. Doch, sondern es ist das Erfolgserlebnis... Romantisch ist zu denken, du kannst Putin in die Knie zwingen. Es ist das Erfolgserlebnis von einem, der im größten Wahnsinn in weitere Länder einmarschieren wird und am Ende in Polen stehen wird, wenn man ihn gewähren lässt. So ist das. Ich bin sehr gespannt. Ich bin echt gespannt. Ja, es ist wirklich so hier. So, eine Frau wird vergewaltigt und dann sagt sie ihm, hey, lass einen Kompromiss finden. Du darfst einmal über mich drüber. Und dann ist dann alles okay. Eine Frau darf sich nicht wehren. Das ist dann die Sumuncu-Taktik. Und das ist die Ideologie, die dahinter steckt. Und da kann man nicht sagen, wir müssen jetzt einfach mal mit dem reden. Wenn er die Ukraine vernichten will, kann man ihm nicht Teile der Ukraine abtreten, um zu sagen, danach... Okay, reden wir auch da Klartext. Reden wir auch da Klartext. Ukrainer sind im Moment Edelflüchtlinge. Ja, die kriegen alles, was sie wollen. Die kriegen Hartz IV, was weiß ich... Reden die anderen übrigens auch. Jetzt kommt dieser Flüchtlingshass und gleich wird er... Passt mal auf. Gleich wird er ankommen. Mit der Möglichkeit, auf die Uni zu gehen. Das sind bilaterale Verträge, die seit Jahren bestehen, weil das ein europäisches Nachbarland ist. Die Anerkennung von Schulabschlüssen, die besteht mit der Ukraine schon seit Jahren. Seit Jahren. Und natürlich kannst du es nicht mit Syrien vergleichen. Die Ukraine ist ein westeuropäisches Land. Was ist denn mit dem verkehrt? Und natürlich gibt es auch da wohlhabende Leute. Klar, die reichen Syrer können nicht mit dem Rolls-Royce übers Mittelmeer. Der schwimmt nämlich nicht. Weißt du, wie oft ich ukrainische Kennzeichen an Porsches sehe? Ja, also das ist Rassismus. Dadilus, danke für den Zap. Das ist Rassismus. Das ist nah. Wir sind hier ganz nah am 130 StGB. So eine rassistische Kackscheiße, die er da von sich gibt. Der sollte sich schämen. Ab diesem Moment hätte man ihn rauswerfen müssen. Er hat sich gerade komplett disqualifiziert. Er hat sich für die gesamte Diskussion hat er sich durch diesen Satz disqualifiziert. Vorher konnte ich sagen, es war Dummheit, die er von sich gegeben hat. Jetzt sage ich, es ist Rassismus. Widerwärtig. Shame on you, kann man da nur sagen. Wirklich nur shame on you. Dafür habe ich auch die richtige Taste für ihn. Shame. 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 Einfach nur schmutz. Wo ich denke so, ah okay, da hatten auch nur die Leute die Möglichkeit gehabt haben, die ein schnelles Auto hatten zu flüchten. Ja genau, die sollen vorher sich einen alten Opel Vectra kaufen. Oder was? Es gibt Leute in der Ukraine, die haben Geld. Wenn in Deutschland ein Krieg ausbricht, dann gibt es auch Menschen mit einem Porsche, die wegfliehen. Nach Österreich oder nach Italien oder sonst wohin. Boah, ist das widerwärtig. Und da steht keiner im Publikum auf und geht nach oben und umklatscht ihm mal eine für die Aussage. Wo sind denn die ganzen Antirassisten? Da lachen noch ein paar AfDler im Publikum. Das habe ich auf Telegram gesehen. Da hat er ja recht. Ich will die AfD. Heil mein Führer. Unglaublich. Und vorher, genau an der gleichen Grenze von einem halben Jahr an Weißrussland, als die anderen Flüchtlinge aus Afrika und wo standen, was ist da passiert? Da haben wir alle gesagt, bloß nicht. Der Lukaschenko will uns erpressen. Was hat denn jetzt, was hat denn jetzt der Freund von Putin damit zu tun, der die, der dort die Flüchtlinge an der Grenze sammelt? Lukaschenko hat, hat, hat Leute in Flugzeuge geladen im Irak, um damit Europa zu destabilisieren. Deswegen haben die keine Landeerlaubnis mehr bekommen im Irak und durften es kostenlos zurück. Der hat die, also sowas, boah, ist das ekelhaft. Er hat sich auch, jetzt missbraucht er auch noch die Flüchtlinge, die dort an der Grenze in der Kälte waren, die auf Putins Befehl dort zur Destabilisierung hingebracht worden sind. Und, lieber Herr Sumundschuh, Weißrussland ist nicht die Ukraine. Das sind auch Osteuropäer dort in dem Bereich. Aber das ist ein Nachbarland. Deutschland ist auch nicht Österreich. Nicht mehr. Umgekehrt. Boah, ist das... Das ist... Und jetzt gibt es Edelflüchtlinge und wir sagen, nee, nee, komm, wir wollen das alles machen und wir spielen die eigene Bevölkerung gegen die Leute aus. Die haben ein Visumsrecht. Es ist, sie haben ein Touristenvisumsrecht. Das besteht. Das besteht bei irakischen Flüchtlingen nicht oder irakischen Personen, die einreisen. Die brauchen einen ordentlichen Visumsantrag. Die Ukraine, da kannst du visumsfrei in die Europäische Union und in Schengen einreisen. Und umgekehrt. Das ist so ein demagogisch-rechtspopulistischer Schmutz, den er da von sich gibt. Es ist... Da braucht man doch hakele Toilettenpapier, so viel Scheiße, wie er da aus dem Mund rauskommt. Edelflüchtlinge. Boah, ist das... Ist das ein... Ist das widerwärtig? Ist das ein ekelhafter AfD-Faschosprech? Genau. Das könnte... Das könnte hier... Das könnte Höcke sein, der hier gerade spricht. Und wer da klatscht? Die Leute, die dort klatschen, die sollten sich jetzt schämen. Die sollten sich schämen. Unmenschliches Klatschen. Unmenschlich. Widerwärtig. Ekelerregend. Das war... Das war alles. Jeder, der geklatscht hat. Ganz einfach. Jeder. Wie auf einem AfD-Parteitag. Doch nicht... Ich weiß nix... Das wird noch schlimmer. Ich weiß nix über die Ukraine. Ich weiß nix über die Ukraine. Ja, das wissen wir. Die letzten sechs Minuten habe ich gesehen, dass du nix über die Ukraine weißt. Du weißt auch nix über Russland. Du weißt auch nix über Flüchtlinge. Du sitzt hier in Berlin in deiner, weiß ich nicht, Acht-Zimmer-Wohnung mit Fußbodenheizung und frisst Sucuk. Ich weiß nicht, ob das Kinderficker sind oder korrupte Wichser, irgendeine Drogenmafia. Das wussten wir vorher auch nicht, denn sie konnten visumsfrei einreisen mit einem Touristenvisum. Danke, Josh, für den Zapp. Jetzt fang doch nicht an. Jetzt fängt er an mit Zitatkinder. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ich weiß doch nix über Russland. Wie kann ich da Partei ergreifen für irgendjemanden? Ja, ich weiß auch nix über Deutschland. Ich weiß auch nix über Polen. Ei, da ist er nach Polen einmarschiert. Ja gut, ja, der Herr Hitler. Na gut, na gut. Ich weiß darüber nichts. Ist schon okay. Ach, der baut jetzt, der baut jetzt, wie heißt der Ort? Wie heißt der Ort, wo er gerade so ein Lager baut? Auschwitz, noch nie von gehört. Noch nie von gehört. Ich weiß davon nichts. Ach, da, Menschen gehen da durch Schornsteine. Ach gut, nie von gehört. Nie von gehört. Ich sehe nur, die Leute, die hier flüchten, hier sind, die sagen zum Teil, nö, irgendwie gefällt es mir hier doch nicht so. Ja, weil sie wieder näher an ihr Land wollen und dort wieder zurückgehen, weil sie sehen, dass die ukrainische Armee Widerstand leistet. Das sind übrigens in 99% der Fälle Frauen und Kinder. Und woher ich das weiß? Ich habe über 6.000 von dieser Frauen und Kinder evakuiert mit Team Humanity und meiner NGO. Wir haben einen Bus gekauft und holen die Leute dort raus. Aus dem direkten Front- und Kriegsgebiet. Alter. Alter. Das ist nicht so, wie ich es erwartet habe. Was hast du denn erwartet? Und ganz ehrlich, das mag jetzt sehr populistisch klingen, aber das ist mein Eindruck, dass das eine unglaubliche Arroganze ist, auf der einen Seite jetzt so zu tun, als würden wir uns mit den Ukrainern solidarisieren, auf der anderen Seite andere Flüchtlinge zu degradieren und zu Flüchtlingen zweiter Klasse zu machen. Tun wir gar nicht. Da gab es Fälle, wo zusammengerückt werden musste und umorganisiert werden sollte. Ja. Also, das ist auch wieder Populismus. Das ist wieder Populismus in die andere Richtung, der aus dieser islamistischen Ecke kam. Muss man mal ehrlich sagen. Und dann auch eine politische Haltung daraus zu destillieren. Das sehe ich gerade. Massiv hat auch zwei Busse von Flüchtlingen aus der Ukraine. Ich halte gar nichts von massiv, weil ich seine Äußerungen oft antisemitisch sehe und ist halt auch so. Aber dass er das gemacht hat, Ehre. Absolut anständig. Und so muss man sein. Aber was ist das für ein Begriff? Also, was ist das für ein Begriff? Edelflüchtlinge? Ja. Was soll denn das sein? Das ist doch ein Widerspruch in sich. Das ist doch ein Populismus nicht zu überbietender Begriff. Es gibt keine Edelflüchtlinge. Ich habe keine Angst vor dem Wort Populismus. Ich liebe das Wort. Ja, ich weiß, ich weiß. Du liebst dich ja auch als Populist und Diktator. Das ist part of the game. Das wissen wir ja. Aber was soll das heißen? Edelflüchtlinge. Das sind Menschen, die kommen aus Kriegsgebieten und eine Aufteilung zu machen zwischen Edelflüchtlingen und anderen Flüchtlingen. Und hat man... Die natürlich bei uns einfacher aufgenommen werden können. Aus einem einfachen Grund, weil sie aus dem gleichen kulturellen Raum kommen. Sie haben exakt den gleichen Kulturraum. Und deswegen ist es einfacher, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen, als natürlich syrische oder irakische oder afghanische. Das ist einfach so. Das ist doch der eigentliche Zynismus. Hat man den Leuten aus Afrika eine Krankenversicherung gegeben? Hat man ihnen Hartz IV gegeben? Ja, hat man. Hat man ihnen eine Arbeitserlaubnis gegeben? Man hat diese Leute... Nein. Sie brauchen keine Arbeitserlaubnis, weil es vorher schon bilaterale Abkommen gab. Dieses Bild passt einfach so perfekt. Der hat sich mit den bilateralen Abkommen, unter anderem im Bildungswesen, in der Universität oder in den Schulen, überhaupt nicht befasst. Überhaupt nicht befasst. Das ist ein Nachbarland. Das ist ein Nachbarland. ...hagelang auf Booten im Mittelmeer sterben lassen und hat sie einquartiert in Asylantenheime und immer noch ist es so jeden Tag. Ist das nicht ein Edelflüchtling, der nach Deutschland kommt und hofiert wird, als wäre er was Besonderes? Er ist genauso ein Flüchtling wie alle anderen auch. Und dann bitte kümmern Sie sich... Das stimmt so auch nicht. Das musst du auch mal unterscheiden. Wir haben die Kriegsflüchtlinge und dann haben wir gewisse afrikanische Flüchtlinge, die nicht aus dem Krieg kommen, sondern aufgrund ihrer Lebenssituation. Das wird dann... Die bekommen dann halt nicht diesen Flüchtlingsstatus. Das ist was anderes. Aber bei den Syrern ist es halt so. Die bekommen das. Und die Afghanen. Und die Iraker. Mein Gott. Unglaublich. Das ist wirklich... Er lügt halt. Er lügt dreist. Er lügt und lügt und lügt und lügt und lügt. Er kümmert euch um die anderen Flüchtlinge genauso. Das ist das, was ich sage. Völlig richtig. Da stimme ich dir absolut zu. Da stimme ich dir völlig zu. Da hast du recht. Völlig klar. Aber trotzdem finde ich das aus... Finde ich es irritierend, Flüchtlinge gegeneinander auszuspielen, wenngleich du in der Sache recht hast. Das ist natürlich... Ja, genau. Mit der Ukraine, die ein besseres Bildungssystem hat als wir. Dann kommen Menschen rüber, die hochgradig gut ausgebildet sind. Und die vergleicht er dann mit Menschen, die noch nie eine Schule besucht haben. Die übers Mittelmeer gekommen sind. Zum Beispiel aus, weiß ich nicht, Liberia, Ghana und so weiter. Natürlich ist das schwieriger, die zu integrieren. Als jemand, der exakt in unserem System drinnen ist, mit dem es schon seit Jahren Verträge gibt, vor dem Krieg. Und die Ukrainer, wie viele schreiben, sprechen Deutsch. Das ist ein Schulfach. Natürlich Ungleichheiten gibt. Und das ist ein Problem. Keine Frage. Aber was willst du tun? Ich gehe aber nicht gegeneinander aus. Ich nicht. Wenn jetzt in Österreich Krieg ausbricht oder in der Schweiz, sind das dann auch Edelflüchtlinge? Die Bundesregierung macht das. Ich nicht. Aber was willst du tun? Aber das Argument zu sagen, da sind Leute, die sind mit dem Porsche gekommen, das ist billig. Du kommst aus Ghana? Das ist doch sehr gut. Ich habe ein sehr breites Publikum. Und dann kommt, das ist so, das ist halt, ich war ja auch in afrikanischen Ländern. Ich war sehr oft in Liberia zum Beispiel. Da ist halt Schulbildung sehr schwer. Ich weiß das, weil ich den Aufbau von Schulen mit unterstützt habe, mit finanziert habe. Deutschland sich zum Pazifismus bekennt. Zweitens möchte ich, dass Deutschland Flüchtlinge gleich behandelt, egal woher sie kommen und sich seiner Verantwortung bewusst ist, diesen Menschen hier. Okay, Randy kommt nicht aus Ghana, sondern es ist Deutscher mit einem Hintergrund der Familie aus Ghana. Okay. ...eine Sicherheit und einen Unterschlupf zu bieten auf der Flucht vor Krisen und Krieg, die wir mit unseren Beteiligungen an Waffengeschäften mitfinanzieren und fördern. Ich erwarte, dass wir endlich realistisch werden und dass wir sagen, die Welt wird nicht besser dadurch, dass wir immer mehr Waffen verkaufen und wir schaffen auch keinen fucking Frieden mit Waffen, sondern wir transportieren Waffen in Ländern, in denen Krieg ist. Und egal, wer dort stirbt, ich gucke den Menschen nicht in den Pass, wenn sie sterben und sage, ach Gott sei Dank, ein Russe oder scheiße, das ist so richtig Tötenhöfer, dummes Geschwätz. Das ist wie bei der AfD, möglichst einfache Lösungen runterbrüllen, damit der Stammtisch schon nach dem zweiten Bier brüllt, ja, wir haben endlich die Lösung. Und am Ende ist es die Endlösung. Also das ist wirklich unerträglich, dieses dumpfe, dumme Geschwätz. Welche Waffen meint er denn? Kleinwaffen, die problematisch sind? Meint er jetzt Heckler & Koch mit Mexiko? Und da meint er Rheinmetall. Die extremsten politischen Auflagen, die im Endeffekt politisch gesteuert sind, unterliegen. Also er hat überhaupt keine Ahnung vom Waffengeschäft. Was für ein Theater es gab, als der Leopard 2 aufgerüstet werden sollte für die Türkei, wegen des Einmarschs in Syrien. Das ist wirklich, rechtspopulistische Leute suchen komplexe Themen mit einfachen Lösungen. Einfache Lösungen funktionieren nicht. Es ist ganz einfach. Wer mit einer einfachen Lösung bei einem komplexen Thema kommt, ist ein Lügner und sollte vom Hof gejagt werden. ...Ukraineer, sondern solange Menschen sterben mit deutschen Waffen, läuft dir was falsch. Komm, Todenhöfer 2.0. Mit dem Unterschied, dass er nicht Multimillionär ist wie Todenhöfer und keine Bundestagsrente bekommt. Und die Erdogan-Leute mögen ihn nicht. Und das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass er auf der Bühne ist und trotzdem muss ich es ertragen. Und wenn die Engländer und wenn die Franzosen und wenn die Italiener, wenn die Holländer, wer auch immer Bock darauf haben, dann sollen sie es machen. Aber dann soll Deutschland meiner Meinung nach sagen, sorry, wir haben genauso wie beim Antisemitismus-Thema eine historische Verantwortung. Wir müssen sehr sensibel mit diesen Dingen umgehen. Und wir wollen nicht noch mal riskieren, dass mit deutschen Waffen auf irgendeinem Konfliktherd in der Welt Dinge getan werden, die nicht in unseren Ethos passen. Und dieser Ethos muss definiert werden und besonders von einer Partei wie den Grünen. Das, was du machst, ist ein großes Problem. Denn es ist gerade die Aufgabe Deutschlands, hier aus historischem Bewusstsein. Jetzt kommt die Hitler-Nummer. Ja, und das ist auch richtig so. Den Vergleich, den müssen wir auch ziehen. Das ist auch richtig so. Und dass er dann gegen die Grünen auch noch schießt, wo wir eine wirklich gute Außenministerin mit Annalena Baerbock haben, das ist schon ein starkes Stück. Und ich würde sagen, da das hier so wichtig ist und man wirklich sich das in Ruhe aufteilen soll, mache ich zwei Teile. Das hier war jetzt Teil 1 und die weiteren 10 Minuten, wir haben ja jetzt schon ein Video von 37 Minuten, die lade ich einfach am nächsten Tag hoch. Ganz einfach. So kann jeder in Ruhe mit seiner Aufmerksamkeitsspanne sich mit diesem Thema befassen. und das Folgevideo Teil 2 kommt dann auf meinem YouTube-Kanal am nächsten Tag. Deswegen abonniert den Kanal, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, kommt bei mir bei Twitch vorbei und dann geht es da weiter. Man braucht erstmal auch eine Pause, muss ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.